Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, gerade haben wir uns noch drüben bei der Crew gehört, jetzt sehen wir uns hier. Und irgendwie hattet ihr heute einen langen Stream-Tag. Erst ein Momo, dann down ihr mich und jetzt habt ihr mich noch für circa ein Stündchen oder so an der Backe. Ich dachte mir, ich gucke noch mal ein klein wenig in Dead or Alive Extreme Venus Vacation rein, weil ich habe von einem Netschenspender ein wenig Steam-Guthaben bekommen, von dem ich dachte, ich schmeiße es in Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Okay, dafür war es auch gedacht. Ja, man hat mir gesagt, hier, mach mal, mach mal Gacha. Und wäre ja komisch, wenn ich jetzt hingehe und nutze das für irgendwas anderes. Also gucken wir jetzt mal noch so ein klein wenig da rein, wenn ihr nichts dagegen habt. So ein bisschen den Abend ausklingen lassen, also ein Stündchen oder so kann ich euch ja noch unterhalten. Wäre mir eine Freude, bevor ich dann wieder in mein Fairytale-Loch verschwinde und dann Layouts weiterbastle und talala. Ich meine, jetzt bin ich eh im Redefluss, jetzt können wir das auch mal eben machen. So, wie wir bei Momo feststellen durften, Momo hat auch verdammt viele Tickets. Ähm, ich habe auch so 18. Und jetzt ist die Frage, ob ich erst das Event weiterspielen möchte. Oh. Das ist mein Free-Gacha, mach keinen Scheiß jetzt. Wollte gerade sagen. Nee, ich habe es also an sich nicht vor. Ich meine, ein paar Sachen muss ich nebenbei machen, also kann ich nebenbei machen. Ähm, ich beobachte nur gerade ein Phänomen mit dem neuen, mit dem neuen Mini-PC drüben. Ähm, dass der halt auch irgendwie so das Problem hat, dass zwischendrin, ich glaube, die Connection der USB-Laufwerke abbrechen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist aber halt wirklich nur mit diesem 10er-Festplatten-Array oder so. Anyways. So. Ähm, denn ich habe halt hier so ein paar Sachen. Ja, wir können einmal ein SSR-Ticket einlösen. Wir können, ähm, hier 16 Tickets einlösen. Und was wir machen können ist, wir können dreimal den Paid-Gadja ziehen. Weil wenn ihr mal euren Blick nach oben rechts richtet, ja. Wir haben 15.200 Paid-Gadja, ja. Äh, Paid-Stones. Was bedeutet, wir können durchaus ein paar Gadja-Drains machen. Und ich habe 10.000 normale. Ja, gut, ne. USB-3-Schnittstelle, keine Ahnung. Es ist halt... Ich weiß halt nicht, wie ich es anders lösen soll. Außer jetzt halt irgendwie, ähm... Plattnern hab. I don't know. Jo, hau rein, Jan. Gute Nacht dir. Ähm, jo. So, aber ich würde halt eigentlich gerne vorher ab, äh, oder vorher erst mal. Ähm. Ihr seht, ich bin noch gar nicht wirklich weit. Aber, Moment. Eigentlich ist es sinnvoll, erst die Gadja zu machen, weil vielleicht kriege ich ja was Besonderes. Egal, ich hab nichts gesagt. Machen wir doch mal das da. Und knallen mal 10 Tickets rein. Gucken, was passiert. Ne, das ist fake. Jo. Was? Ey, du kannst es echt nie wissen. Don't mind me, then. Okay. Boing. Ja, Mensch. Das war ja, äh, nun. Ja, nehm ich, äh, ist, ist, ist okay. Ähm. Ich nehm gern noch eins. Hä, damit. Ja, sie sagen ja auch in der, ähm, in dem, in der Story, sagen sie ja halt auch so, ne? Du musst wissen, es ist, je weniger du anhast, umso besser ist deine Bewegungsfreiheit, weil du musst dich ja gar nicht von den Leuten treffen lassen. Also von den Gegnern treffen lassen. Sie ist so hintern fixiert, die Truller. Echt jetzt mal. So. Das war Punkt 1. Jetzt machen wir hier. Ja. 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 Oh, nicht mal eine SR. Das ist, das ist mal bitter. Ey, sollte man, sollte man hier nicht beim 10er Draw, eh, äh, achso, wir machen ja Tickets. Beim 10er Draw hast du ja SR guaranteed. Oh, das war jetzt mal echt lame. Ja, gut. Aber. Wir haben ja noch das hier. Spiel, es wäre super nice von dir, wenn ich Misaki ziehen würde. Es wäre ein Träumchen. Es wäre ein, ein gar Wöhnchen wäre es. Das ist nicht Misakis Stimme. Das ist nicht Misakis Stimme. Ja, gut. Jetzt habe ich sie ja fast alle durch, wahr? Naja, das bedeutet, ich habe Helena freigespielt. Das ist ja immerhin, immerhin etwas. Damit kann ich erst mal leben. Du-du-du-du-du-du-du-du. Naja, zumindest sind jetzt Marie und ihre Herrinnen zusammen. Äh, Momo, wie ist denn das eigentlich, wenn du während dem Event Kisten kriegst, kriegst du dann den Inhalt, kriegst du dann auf jeden Fall das Mädchen, dem du die Kiste schenkst? Oder sind die gebunden? Oder wie läuft das? Ich meine, Misaki hat es mir erklärt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Komm, ich ziehe jetzt hier einmal. Achso, warte, wir können ja hier noch... Moment. Ist Misaki hier dabei? Ja, ist sie. Warte, 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 warte. Den Dress habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. So, einmal können wir noch. Ach, komm schon, Spiel. Wie sehr hasst du mich eigentlich? Mann! Kann doch nicht wahr sein. Ach, Mann! Ach, Mann! Nun ja, dann wird dieses Thema mit den Event Outfits auch erstmal geklärt. Komm, und weil ich Once per Day machen kann, komm. Ja, sie mag mich scheinbar wirklich sehr. Ja, sie mag mich scheinbar wirklich sehr. Ja, gut. So, jetzt wird es spannend. Ich mache mal einen. Ne, das ist nichts Besonderes. Ich habe schon erwähnt, wie sehr ich eigentlich gerne Kanna haben möchte. Wie? 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 Wahrscheinlich habe ich mehr Glück und kriege Kanna. 28,9. Vielleicht kriege ich Kanna vor Misaki. Das wäre jetzt noch der Knaller. Gibt es irgendwas Wichtiges, was man mit den Paid-Kram kaufen kann, bevor ich die jetzt komplett für den Gacha rausschmeiße? Ach so, hier gibt es nichts, was man mit dem Paid-Kram kaufen kann, ne? Hattest du mir jetzt eigentlich darauf geantwortet, Momo, wie das ist mit den Kisten? Oh, ich habe 21 Münzen. Klar habe ich jetzt hier die... Jetzt habe ich davon aber keine mehr, richtig? Einser habe ich nicht mehr. Genau, einser habe ich nicht mehr. Wobei ich kann einen der Coupons kann ich hier um exchangen. Vielleicht macht das Sinn, das zu machen? Da habe ich mich leer gekauft. Das ist auch so mega cool. Oh, beautiful sunset. Ja, doof. Wipshop war das. Guck mal, wenn ich die hier... Ja, für 50 fehlt mir der Quark. Wie kriege ich die eigentlich nochmal, die Münzen? Weiß ich nicht. Oh, guck mal, das ist eh begrenzt. Also sollte ich das vielleicht machen. So, und dann gehen wir hier hin und machen da einfach SR Gacha Coupons draus. Drei. Drei. So, jetzt fehlen mir noch zwei dafür. Jo. Aber das ist voll doof, ne? Was habe ich jetzt? Habe ich 20 gekriegt für den Pull? Dann müsste man 10 mal ziehen, dass man hier den Stella Virgo kriegt. Ach du Kacke. Hey, ich würde dieses Outfit sogar mit Echtgeld kaufen wahrscheinlich. Ähm. Also mit Guthaben. Jetzt habe ich das Guthaben ja auch eingelöst. Ja, pass auf, dann ziehen wir nochmal. Wenn es da nichts Spannendes gibt, dann äh. Aber da seht ihr mal, wenn ihr Geld ausgebt. Ich habe es ja Gott sei Dank bekommen. Wenn ihr Geld ausgebt, habt ihr trotzdem keine größere Chance. Auch wieder nix. Oh, dann habe ich irgendwo jetzt 10 Candles gekriegt. Ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als nochmal drauf zu tippen, wa? Dann haben wir 100 übrig. Bitte spiel. Ach mann. Kannst du sehen? Hehe. Das ist nicht so's. Ja. Wie ist das? B... Um... Omeko? Das habe ich sie zweimal gekriegt. Schade. Es war ein Versuch Ich habe gar nicht nachgerechnet Was der Kram eigentlich kostet Hat das mal jemand nachgeguckt In irgendeiner Form Vor allen Dingen Hast du halt auch einfach hier Nur eine 0,7% Chance 0,3 Ja auch gut Schade drum Egal wir haben zwei Karten Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht Ich weiß schon gar nicht mehr wie das geht Ne nicht Private Outfits Festival Outfits Und dann Change So wen haben wir gekriegt Oh Ja kann ich vergessen Sind in Lesson Doof Ja dann breche ich die Lesson jetzt ab Dann äh Ach ja Die Trulla muss ich jetzt ja auch Leider Und dann Ja komm So Bin jetzt ein bisschen traurig Dass wir da schon gut haben Gegiftet wurde Und dann hatten wir kein Glück Das ist echt traurig Sehr sehr traurig Es tut mir leid Dass ich kein Glück hatte Ach sie hat ja noch den Deva an Ähm Die will ich aber gerade gar nicht So Dann müssen wir später noch gucken Ähm Ähm Lass wir jetzt einfach mal so stehen Aber die sind halt schon nicht übel Guck mal hier halten 930 Power runter Aber wir haben 610 In der Tech hoch Sonoka Plop Ist jetzt auch rot So Sonst haben wir ja nichts Genau Ja ist schade Bin jetzt auch ein wenig traurig Hätte gerne eine Kanna gehabt Aber war Kanna da Ähm Ja schade Jetzt muss ich euch wieder wegwechseln Ja Mensch Der Trendbonus Der geht ja mal eine Runde ab Geht durchaus Ja jetzt müssten wir halt die Bikinis Noch ein klein wenig leveln Oh das waren rote Ne Haben glaube ich Kaum bis gar nicht Irgendwas rotes gelevelt Gucken wir uns das mal an Schauen wir uns diesmal an Ach ja stimmt Ich hab die Private Outfits ja Eingestellt Aber wir haben sie ja in den Sequenzen gesehen Wie die aussehen So that's legit I guess Ja also Trendbonus und Skillbonus zusammen Ist ja schon mal Nicht schlecht Mag ich sehr gerne Vielleicht kriegen wir ja Kisten Dann können wir uns das mal angucken Ist halt auch ein sehr komisches Team Die beide zusammen Das ist eigentlich das Geburtstagsspecial jetzt schon durch Muss ich mal gleich nachgucken Oder läuft das Gucken wir mal Plus 60% Bonus Da war ja mal mega lucky Sollten wir ausnutzen Ich glaube das ist schon echt cool Wenn man hinten raus relativ viele SSRs hat So wo gebe ich denen denn die Kisten Ganz normal als Gift dann wahrscheinlich Gucken wir uns das mal an Ich hoffe das mal Wenn die Mädchen zu spüren, dann ist es Zeit, um zu spüren. Use the buttons in the lower right corner to change view. Ah, auch noch. Schön, dass Misaki noch sagt, nicht overboard gehen. Aber die Melone liegt da hinten. Wie niedlich ist das denn, bitte? Vor allem das mit dem Feuerwerk und alles. Man kriegt dafür 15 Coins? Holy boy. Ich kann mir für Misaki Frisuren kaufen. Ich muss nur genug Kisten kriegen. Alles klar, Leute, ihr wisst Bescheid. Kisten sammeln, das ist where it's at. Ich will endlich eine Misaki Asis haben. Demi Gordi will eine Misaki Asis sein. Ja, dann müsste ich... Achso, ich wollte was nachgucken. Genau, nämlich dies. Stimmt, wir haben nämlich... Von den Roten haben wir nämlich gar nichts gemacht. Null. Oh. Mit 63 will ich dafür nicht verballern. 20 vielleicht und dann hier 99. Hier wieder einen. Hier wieder 20. 22. 22 haben wir wieder eine klarte Zahl da oben. Und da wieder 99. Und schon haben wir es auf max level. Also max level in Anführungszeichen. Jetzt können wir im Festival noch mehr Rabatz machen. Kriegt man eigentlich... Jetzt habe ich das gar nicht nachgeguckt. Gibt es im Event Shop eigentlich wieder zusätzliche Items? Was ist denn das da? Okay. Achso. Ja, okay. Basket for going out. Oh. Oh. Es gibt auf jeden Fall... ...Kram. aber keine upgrade steine dafür gibt nur das item ja gut dann ist das ja dann muss man daher einiges reinbuttern für treasure chests und so nehmen wir an watermelon gibt halt einfach nur watermelon aber keine das dachte ich mir ja gut habs verstanden wenn ich das noch wenn ich das noch ein paar monate spiele dann wiederholen sie bestimmt die event konzepte und ich werde mir denken naja cool also ich wollte hier kurz notice es noch aufrufen events scanner festival läuft vom 14 bis 21 web coin sektor lassen das teil ssr ticket da müssen wir mal gucken dass wir noch sechs millionen punkte zusammen kriegen wenn da ist ja noch einiges drin wenn ich mir das so angucke gift presents zu kana ja würde ich machen hätte ich kann also anonymer spender falls du es übertreiben möchtest du weißt bescheid aber bitte bitte nicht bitte nicht bitte nicht ich glaube das ist es nicht wert nur wenn du willst ich komme ohne kann na klar wirklich ich komme nur langsam nicht mehr ohne misaki klar die werte sind ja eigentlich nicht so schlecht da müssen wir auf jeden fall mal gucken dass wir halt bei dass wir den zweien halt eben noch diesen schmuck da organisieren dann hätten wir ja beste ausgangslage ich meine der kram geht da ja auch recht leicht von der hand ich kann verstehen warum momo ihre refill drinks da rein geballert hat und relativ wenig stamina verbrauch in anführungszeichen 7000 ist halt doch schon eine hausnummer wei wei ach ja hier kriegen wir ja auch noch kram mit ne ja herzlichen glückwunsch stimmt ah ja ne haben wir jetzt zum ersten mal im einsatz eieiei ja gucken wir uns das auf jeden fall mal an ich meine ich will euch ja jetzt so spät abends nicht ewig hier festhalten es ist ja noch nicht freitag ich bin euch sowieso eigentlich noch ein paar speams schuldig okay schön m ja ja Also Hashtag eigentlich. Ich würde ja mit euch zusammen auf dem Stream Fairytale gucken. Das Problem ist halt, es ist nicht bei Amazon. Aber wir können andere Sachen dann zusammen gucken. Haben wir fest vorgenommen. Vielleicht schleppen wir da noch Momo mit ins Voice oder andere mit ins Voice. Das sind halt logischerweise Streams, die ich nicht hochladen kann bei YouTube. Aber das muss ja auch mal sein. Kriege ich hier wieder total die Tickets nachgeworfen. Vor allen Dingen mehr Drops durch die Kostüme. Ich muss noch Kram nebenbei machen. Also ich kann auch mit euch gleich im Discord noch Fairytale gucken. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wieder ablenken lasse. Ich müsste mir mal wieder diesen Freunde-Punkte-Gacha irgendwie machen, weil ich glaube ich zu viele Freunde-Punkte. Dropp dich mal jetzt ins Bett, Max. Besser ist das. Ich mache jetzt hier für euch noch die FP leer und dann ist es glaube ich aber auch schon wieder gut. Ich weiß, es war jetzt nicht lang oder so. Aber ich wollte ja nur die Gacha mit euch machen, damit ich, falls ich Kana ziehe, in irgendeiner Form, dass ihr dabei wart. Alles andere hätte ich gemein gefunden. Ich weiß, es war jetzt nicht mehr so, dass ihr dabei wart. Ah, das Stündchen machen wir auf jeden Fall voll. Ruh, du warst. Dann baut die Musik wieder auf Stündchen. Wissen, wir können hier auch die Draht machen. Twitter geht schon wieder rund. Oh, seitdem müssen wir doch gleich noch ganz schnell zu Sam. Weißt du? Und dann, ich will doch meinen Sound ausprobieren. Ich wollte gar nicht so einfach klicken. Aber ich denke, so morgen, um 14 Uhr, können wir definitiv wieder so ein klein wenig Dead or Alive spielen. Ich glaube, das ist nötig. Ich brauche die Abwechslung nach diesem ganzen Programmiergedön so nebenher und Datenrettungskram, den ich gemacht habe die letzten Tage. Plop. Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Verdammt, Sam geht offline. Ja, da brauchen wir uns ja nicht mehr abzuhetzen, ne? Schade. Aber ich wollte doch meinen Sound ausprobieren, Sam, blöder Penner. Kapper. Anders kann ich mir nicht erklären, warum er gerade irgendeinen Link gepostet hat. Ich habe ja seinen Stream gar nicht offen. Hä? Was geht denn bei Lottie ab? Was? Was geht denn bei Lottie ab? rotz 어? Oh. Der schnapp sagt jetzt mal wiederhol самом. Oh. 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 Oh! Ach, schön. Ach, schön. Ja, ich hab's mitbekommen. Mensch, hätte ich das mal damals gemacht, hätte ich wahrscheinlich jetzt weniger Probleme. Ähm, äh, ist das schön. Ich hab's passiv mitbekommen gerade. Ich hab mich gefragt, warum zur Hölle rastet alles aus? Ach, wie schön. Ach, wie schön. Lottie und Lotta. Die lieben Menschleins von Boba Town. Ich sag immer Lotta zu ihr, weil ich mir Lora nie merken kann. Weil Lottie und Lotta passen so gut zueinander. Ja Mensch, das war ja jetzt gar nicht abzusehen. Kann man schon machen. Kann man schon machen. Ach, wie schön. Ist doch schön, wenn die Liebe ihre Wege findet. Kann ja nur die richtigen treffen. Bin auch nicht mal traurig, dass sie mich nicht getroffen hat. Mehr Zeit für Gilden-Abenteuer. Hey Mensch, da können wir ja immer noch zu Sam gehen. Ich will meinen Sound ausprobieren gehen bei Sam. Das ist schön, das wird dann wahrscheinlich jetzt gleich erstmal auf Twitter rumgetragen. Ach, schön. Momo, vielleicht müssen wir relativ bald irgendwie so eine Folge Traumhochzeit planen. Meinst du, du könntest eventuell ein klein wenig Linda dem Mohl spielen? Du warst ja schon mal kurzfristig Linda dem Mohl. Vielleicht schreiben wir einfach Thorsten Heiner an. Ich weiß, er macht nichts mehr mit Wedding. Aber vielleicht schreiben wir einfach kurzfristig Thorsten Heiner an. Oh, eine Kiste, eine Kiste. Alter, wie viel FP dringend ist einfach. Wenn ich mal Honokan einmal Ayane im Einsatz, das ist unglaublich. So, das war's. Wir können jetzt eh nichts mehr machen. Genau, 10. 14 brauchen wir. Alles klar. Dann hole ich jetzt hier noch den Kram ab. Jetzt nochmal aus reinem Interesse. Wie viele FP Drinks habe ich jetzt eigentlich? Weil Momo, das... Momo hatte mir dann auch noch gezeigt, wie viele FP Drinks er hat. Ja, also Momo, ich habe noch 34. Vielleicht brauche ich sie mal bei irgendwelchen wichtigen Events. Man weiß es ja nicht. So. Freunde. Wie gesagt, ich wollte euch bei, ähm, ne, ich wollte euch teilhaben lassen an meinen, meinen Gacha versuchen mit dem, ähm, mit den Paid Stones, weil ich die ja netterweise bekommen habe. Also, hat leider nicht geklappt. Aber vielleicht, äh, kriegen wir ja nochmal irgendwann eine Chance auf Kana. Man weiß es ja nicht. Hätte ich vermutlich ein paar Euro übrig, würde ich es tun. Aber das wäre ja, ne, das... Wir haben ja gesagt, wir stecken kein Geld in dieses Spiel. Also. Ich, äh, mach einfach mal Back to Title. Ich wünsche euch von meiner Seite aus auf jeden Fall jetzt schon mal eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich bei der Crew mit Fairy Tail. Und im Zweifel, morgen Nachmittag, nehme ich mir vor, dass ich halt nochmal einen Ström mache. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Sam rüber, bevor Sam auch noch denkt, äh, muss er aufhören. Ja, also, nun. Wäre doch schön, wenn ihr noch ein bisschen mit mir, also zumindest kurz mit mir mitkommt und Hallo sagt und, und Dinge, ne? Ihr wisst, wie das läuft. Ich wünsche euch was, äh, schlaft gut und tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Ich schmeiße noch mal kurz Musik an. Musik